Guten Morgen, meine Lieben. Kommen wir wieder zu Fremdwörtern und deren Bedeutung. Naja, eigentlich war das mein Ausgangsvideo, wo ich dachte, ja, jetzt. Aber wie gesagt, gestern, das hat mich zu sehr gereizt, Inzidenz und so weiter. Naja, kommen wir zu den Begriffen Pandemie, Epidemie und noch anderen Überraschungen. Ja, um das alles mal, da steckt schon wieder das Wort Krankheit. Gehen wir mal zu den einzelnen Begriffsbestimmungen. Epidemie, bei Google eingegeben, Epidemie. Die Oxford Languages, die sagen das so. Epidemie ist das Auftreten einer ansteckenden Krankheit in einem bestimmten begrenzten Verbreitungsgebiet und so weiter und so fort. Schon wieder Krankheit. Wir wissen ja schon, was Krank heißt. Wikipedia, die werden das wahrscheinlich dann noch ein bisschen ändern müssen. Epi, also auf oder bei, dazu, bezogen auf. Und Demi, da steckt Demos, das Volk dahinter. Also, ich zitiere, eine Epidemie, auch solche genannt, ist ein zeitlich und örtlich begrenztes vermehrtes Auftreten von Krankheitsfällen, oh, welch schlimmes Bild, einheitlicher Ursache innerhalb einer menschlichen Population und entspricht damit einem großen Ausbruch einer Krankheit. Der Begriff ist nicht auf Infektionskrankheiten beschränkt. Da komme ich noch drauf, es wird noch lustiger. Pandemie. Pan American, also Pan, Gesamt, Umfassend, alles eben und wieder Demi, Demo ist das Volk. Pandemie. Bezeichnet eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit im engeren Sinn die Ausbreitung einer Infektionskrankheit. Schon wieder das Wort. Im Unterschied zur Epidemie ist eine Pandemie örtlich nicht beschränkt. Also, wenn es länder- und kontinentübergreifend ist, klar, und so weiter und so fort. Gut, könnt ihr alles selber nachgucken bei Wikipedia, beeilt euch, wer weiß, wann die das dann geändert haben. Da mir jetzt Infektionskrankheit zu oft vorkam, auch nochmal Wikipedia. Infektionskrankheit, Infektionserkrankung oder Ansteckungskrankheit, auch Infekt oder ansteckende Krankheit, ist eine durch Krankheitserreger, Bakterien, Pilze oder Viren hervorgerufene Erkrankung beim Menschen, Tieren oder Pflanzen. Und jetzt kommt's. Sie ist aber nicht einer Infektion gleichzusetzen, da nicht jede Infektion zwangsläufig zu einer Erkrankung führt. Gucken wir uns nochmal die Krankheit an. Krank hatte ich ja gestern schon. Krankheit, teils synonym für Gebrechen, ist ein Zustand verminderter Leistungsfähigkeit, der auf Funktionsstörungen von einem oder mehreren Organen, der Psyche oder des gesamten Organismus beruht. Jetzt, diese Störungen wären ihrerseits wahrscheinlich immer durch strukturelle Veränderungen von Zellen und Geweben hervorgerufen. Naja, Exosomen und so weiter. Guckt einfach auf meinem Kanal, da sehen wir ja, was da los ist. Leute, es ist doch wunderbar, wenn man sich ein kleines bisschen in Fremdwörtern auskennt. Was heißt Fremdwörter? Epidemie wird ja schon so gebraucht, als wenn, das gehört zum täglichen Sprachschatz dazu. Es wird also einfach gebraucht. Oder Pandemie, alles spricht von Pandemie und von solchen Sachen. Das wird einem praktisch dadurch so untergesteuert. Merkt ihr was? Wir müssen was tun. Was wir tun, steht unten in der Videobeschreibung. Die meisten gehen mit dem Handy rein. Wenn man mit dem Handy in die Videobeschreibung geht, dann sieht man, was wir alles tun. Das werde ich natürlich verlinken. Und ja, macht was. Und dann hier das Video, das was ich hier anbringe, ist zum Kommentieren. Also, hier, wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, wird gerne genommen. Und das zum Kommentieren wird auch gerne genommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ich wieder etwas zur Bildung beigetragen habe. Bis denn. Tschüss.